hey zusammen meine freunde und wir spielen heute mal wieder eine adventure map dieses von futten länger sie hat keinen namen ich sehe da hinten aber schon lange einen großen baum okay ja und wir beginnen dann doch einfach mal okay wo ist denn der start eigentlich die sind hier in mr miau miaus labor claude sein zeugs okay tränke nacht sich die richard ins haus von mr miau miau geheime kiste von mr miau miau okay ach warte ich mach mal im ton an für euch so und dann sie sind im mr miau aus haus suchen sie nach hinweisen bücher für feldpflege ich liebe pinkes glas garten gemeine garten da geht es auf jeden fall runter da kommt man aber nicht wieder zurück okay ach so ich dachte dass er das bett und ein bad okay ja kann man ja nur runterfallen okay oh mein gott überlebt überlebt wie er hört ich bin wieder erkältet geil ne ja ich hab dich schon erwartet greift an leid katzen tut mir leid katzen man ich wollte euch nicht töten man mann 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 das war's habe glaube ich genug dennoch getötet ok so wo es mit einem ja mela ich sah hier hier doch ein kleines extra von dem machen dieser welt basen ok zum bogen bekommen doch habe ich getroffen ich habe ja getroffen oder ja habe ich geheime kiste buch und fehler ok dann gucken wir mal was da drin steht ich freue mich dass ihr mein level spielt vielen dank ja hier kannst du wieder haben dein buch so dann gehen wir mal weiter ok schwimmbad auf dem klo schwimmbad lieber suche seinen tempel ich weiß nicht wo sein tempel ist bestimmt nicht da unten noch wie kommen wir jetzt rein ach so man konnte so rein ok und dann das war eine falle auch in denen ich sag jetzt muss ich da wieder hinlaufen oder was ok ich dachte schon er wäre so blöd hier man mann egal greift nicht mal an die katzen schnell hier weg auf den klo gehe ich jetzt ok schwimmbad ach man das war schon vom klo ok da gehe ich jetzt wieder rüber aber da hätte das echt abgezaunt kann ja einfach drunter ja schwimmen daran hat er glaube ich nicht gedacht ja das finde ich schon leicht lustig so so ich runterspüren hey die map ist wieder total verwirrend ich hier hinterm baum oder so ne ich soll den tempel suchen na wo denn also da unten jetzt nicht wenn es da unten nicht ist es ist ja überall los du ich verstehe es nicht aber scheint ja so eine art weg zu sein oder der nach dahinten führt hm hier endet das lost ja und jetzt weil ich das lost und verfolgen oder was da 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 ich sehe den weg nicht ich sehe den weg echt nicht bin ich blind da muss ich doch daraus suche seinen tempel ja ich suche ihn aber ich finde ihn nicht man x-ray hallo x-ray wo bist du so man dann springe ich mal ach so man kann da nicht runterspüren ok dann gehe ich mal in game mode 1 ne auch man da ist das schwimmert so sagt man mal bitte wo jeder scheiß ist ist sie der scheiß denn also hier unten schon mal nicht so hier wahrscheinlich auch nicht oder ne das war ein bisschen blöd da ist die abgrenzung und dann sowas hier auch nicht ähm ja ja verstehe jetzt nicht so ich könnte nochmal nach da oben fliegen vielleicht war da was auf der toilette das kann nämlich sein so kommt früher schneller ah ja wenn ihr wollt könnt ihr mir auch maps einschicken oder vorschläge machen welche map ihr gerne sehen möchtet einfach die kommentare schreiben so privat klo vermisst er mir auch mal privat so wenn ich jetzt hier reingehe hier ist nicht mehr irgendwas damit man teleportiert wird ja teuer schon mal das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so ich weiß ok dann benutzen wir mal im x-ray ne äh option ressource pack ich habe es nämlich als testweisen immer mit dabei so x-ray an vielleicht sehen wir so den weg das wäre natürlich auch toll so ich sehe trotzdem nichts ich sehe trotzdem nichts also irgendwie komische map naja ich denke ich denke das war es an von der map erstmal suspect wieder wechseln so ne was das denn für ein scheiß ne die adventure map war scheiße deswegen bekommt die ein o film von mir weil das echt schlecht war so 여기 b 그러니까 das ist auch eine 6 zu sagen und dann nehmen wir gleich mit dem fache game mode 1 und das war es von dieser adventure map ich hör' hoffe sie hat euch gefallen ja wenn ihr diese adventure map auch spielen wollt der download ist in der beschreibung bis dann kamito und ciao